moin moin lieben freunde herzlich willkommen zurück beim qualifien mit aber der virus fertig bereit auf los geht's los freunde grüß euch so ich gucke mal eben schnell über meine einstellung alter die silber feine ja muss das jetzt abgeguckt die fahrt jedes voraus wenn wir raushauen los lass mich raushauen platze ich warte noch mal kurz ja da fährt nämlich gerade wieder einer weg ja ich kann da nichts mehr ändern ist mir schon klar ich hoffe ich habe genug abstand super sonnenschein ja jetzt waren wir mal am tag auch mal nicht schlecht guckt euch das grün von der bäume an so halte ich glaube ich werde kiffer hat er nicht gesagt singapur bei nacht sieht ja schon gut aus mal gucken wie singapur am tag aussieht doch nur nicht die linie überfahren jetzt blendet das licht so ein bisschen ich habe es toll von mir der strull hat es voll macht mir platz recht herzlichen dank oder ist aber schwein schwein sein auf dieser welt noch viel zu früh gebremst die sonne die blendet manchmal du ich fahre noch ein bisschen zu langsam zu vorsichtig aber ich auch das ist mir gerade aber viel lieber das einführungsrunde ist doch jetzt kommt auf die zielgraden und ab jetzt zählt ich arbeite hier gerade voll mit auf dem stuhl also die strecke von zum ja der s an und ab geht da habe ich zeit liegen gelassen der sprittstadt ist sehr niedrig der tank ist fast leer also ich habe dich zu drehen und ich halte ein mal mal die mit er und er er und 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 er Oh, fahr schneller vor mir, bitte. Los, Alonso, gib Gas. Oh, Hamilton. Wow. Jawoll. Och, Alonso, jetzt bremst mich doch nicht aus. 1,440, Digga. Na, guck. Nein. Wir erwarten in etwa 10 bis 15 Minuten Regen. Oh Mann, hat er nicht gesagt. 10 bis 15 Minuten Regen. Mir bleibt das Herz stehen. Trotz kaputten Flügel. Oh, was ist denn? Ach, mein Gott. Ja, dann ist die... Boxenstopp. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Ja, will ich auch. Habe ich jetzt so viel Zeit verloren, ey? Ah, ich bin jetzt, weil er jetzt nicht mehr bremsen wollte irgendwie und dann gucken, was die Reifen sagen. 4,440... Ja, Reifen sind doch gut. Ach, komm rum. Ah, la, 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 la. Entschuldigung, Alonso, dass ich dich jetzt so ein bisschen behindere, aber mit meinem Frontflügel kann ich nicht schneller. Ja, lass uns einfach vorbei. Und bist ja zugezwungen. Ne, das Problem ist, an anderen Stelle ist er dann wieder so lahmarschig, dass es sich nicht lohnt. Ich habe schon gebremst, aber bin nicht rum. Ich habe Glück, dass das Rad noch heilig geblieben ist, ey? Wow. Hm, das ist immer das Wichtigste. Ja, aber ich habe eher eine gute Zeit, also hätte es ja von daher. Ja, lieber dann nicht die Reifen kaputt machen. Die braucht man ja nachher noch. Da kriege ich es aber echt in die Boxengasse, als hättest du, ey. Oh, ist ja grauenhaft. Ich bin mir noch nicht sicher, mit was für Einstellungen ich fahren soll. Okay, das ist aber nicht gut. Da ist das jetzt. Da. Ausfahrt verpasst, ich muss noch eine Extrarunde drehen. Nein. Boxenstopp. Chef, Boxenstopp. Shit. Da haben wir ja scheiße gebaut. Ja, ich bin da, wo man 60 fahren muss, war ich zu schnell und habe die Kurve nicht gekriegt. Und dann musste ich übers Gras. Und zurückfahren darfst du ja nicht. Du machst aber auch Sachen, ey. Jetzt fahre ich eine Runde umsonst. Läuft bei dir. Echt? Ja, jetzt haue ich mir die Reifen kaputt. Nein. Zeichen. So, Läufeübertragung. Hast jetzt doch genau 4,45. Verbleibende Zeit vom Training. Du meinst vom Qualified? Ja, wie konnte ich denn Training sagen? Problem ist, ich habe eh kein Benzin mehr, von daher ist alles gut. Jawohl, da kriegt er gleich durch die Gegend. Ich will es nicht hoffen. So, was haben wir denn? Hamilton 1,46. Ja, guck. Da ist direkt der Bot, da ist auch ein 1,46. Oh. Die, äh, 300stel trennt die beiden. Iiii. Ja, guck. Der Peres auf 5, Ocon auf 6, Hükenbeck auf 7, Grosjean auf 1,49, auf Platz 8. Hier kommt Van Dorn, Stroll, Alonso, Wehrlein. Ja, guck mal, gut platziert haben sie sich ja. Ja, ich weiß, dass mein Tank gleich leer ist, Jeff. Deswegen habe ich ja schon einen Boxenstopp angekriegt. Boxenstopp, man sei es nochmal. Oh, aber freie Schrecke, 5 von 20, du. Ja, super. Oh, wir sind aber auch nicht viel weit und danach. 5,5 hundertstel? Geht aber. Ja, halbe Sekunde. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es, äh, äh, weil er sagt, 5 bis 10 Minuten fängt es an zu regnen. Ich habe irgendwie das, äh, ungute Gefühl, dass es gleich, äh, regnen wird, so. Ähm, im Rennen, ähm. Ne, ne. So, da fährt er jetzt rein, oder? Was macht er da? Jawohl, ganz zackhaft rein. Oh, da musst du echt lang. Sonst, das kann man schnell verpennen, da. Ha, Max Verstappen. Mal gucken, was du so treibst. Dieser blöde Alonso hat mir meine ganze Zeit kaputtgekloppt. Ah, ich kann mich nicht beklagen. Die Zeit noch mit dem roten Flügel gefahren. Hm. Das hat nur die Frage, geht man jetzt bei der Strecke lieber auf die Höchstgeschwindigkeit, oder sagt man, lieber für die Kurven eintacken? Äh, am besten so lassen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da sind ja schon ganz schöne Kurven da drin. Ja, oh, 11 und 20, jetzt 12, 13, oh, 14, Alter, jetzt 15, 16, jetzt geht's ab. Jetzt wollen sie es nochmal alle wissen. So, jetzt noch 18, weil 19 und 20 sind, äh, in der Unterschung. Ja. Ach, kann ich jetzt sowieso nicht mehr ändern. Okay, dann muss ich mit dem fahren. Wegen den Park-Fermier-Regeln, jo. Ja, wir wollen mal den Hülkenberg suchen. Dem anderen deutschen Rennfahrer. Weiter Formel 1. Ja, dann gucken wir doch mal zeigntechnisch. Gucken wir doch mal, was der Lou ist. Finde ich aber nicht gut, Louis. Oh, die würgen sich aber einen ab mit Zwischengas und hast du nicht gesehen. Oh, das schleicht da durch die DHL-Kurve der Louis. Und jetzt Stoff auf die. Hat nicht gereicht. Ich kann sagen, die sind in Durchschnitt zwei Sekunden langsamer. Dies passt. Ja, so. Ach, jetzt noch 40 Sekunden. Ach, Mensch. Oh, die einen sind noch nicht gefahren. Ach so, die sind in ihrer fliegenden Runde. Ja, dann müssen sie jetzt aber gucken, dass sie noch schnell rumkommen. Jawohl, sind schon alle rum. Dann wollen wir mal hoffen, dass uns keiner mehr in die Karre pinkeln kann. Ich glaube aber nicht. Weil wenn die jetzt noch mal zwei Sekunden schneller werden würden, das wäre echt unlogisch. Letzt fünf Sekunden, dann werden wir uns gleich sehen. So, Trommelwirbel und bing. Jo, hat sich nichts geändert. Sehr schön, zweimal Ferrari, zweimal Mercedes, zweimal Red Bull, zweimal Force India. Oh, die sind aber alle ziemlich jung. So, das war euer Virus, das war euer Camillo. Ich würde sagen, wir sehen uns zum Renntag, was? Jo, macht's gut. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.